Sie ist ne Powerfrau, die alle Tricks kennt. Und rechtzeitig zum Karneval kommen die Kölner auch in den Charts zum Zug. Die A Cappella-Kombo Wise Guys singt zwar nicht von Allah und vom Dom, das neue Album Klartext steigt trotzdem neu ein auf der 10. Und hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann. Die beliebtesten deutschen Mädchennamen sind zur Zeit Maria, Sophie und Marie. Aber Hebammen stellen eine Trendwende fest. Immer mehr Mütter nennen ihre kleinen Schreihälse Alia. I care for you fällt von der 7 auf die 9. Nächstes Wochenende startet Avril Lavines Deutschland-Tour. Und um techsicher mitsingen zu können, muss man natürlich üben, üben, üben. Dementsprechend erfreut sich das Unterrichtsmaterial. Rega Nachfrage Let's Go explodiert förmlich von der 29 auf die 8. Mastermind 3D kann gar nicht verstehen, warum alle Messe für Tech so düster finden. Die Leute sind Musik nicht mehr gewohnt, die intensiver und anspruchsvoller ist als der Mist in den Charts, sagt er. Apropos, 100th Window fällt von der 3 auf die 7. 200 Kilometer per hour in the wrong lane fällt auf die 6. Wenn sich Tattoo den US-Markt vorknöpfen, soll ihr Name eine neue Bedeutung bekommen. Teens Against Tobacco Use. Das Lesben-Image würde bei den Amis sicher nicht ankommen. Robbie Williams scheint neuerdings Gefallen an etwas schwereren Kalibern zu finden. Angeblich wurde er mit Kelly Osbourne beim Knutschen erwischt. Dickes Ding, finden die Deutschen und Tiefen. Eskipology, rauf auf die 5. Mit Härte und Dreck kannst du einfach nichts mehr reißen, sagt Henning von den Guano-Apes über das neue Album. Weich und sauber geht Walking on a Thin Line von der 5 auf die 4. Herbert Rönemeyer ist frisch verliebt. Sonja soll die 31-jährige Schweizerin heißen. Frühlingsgefühle bekommt er auch gleich das ganze Album. Mensch flattert 3 rauf auf die 3. Vom 20 Jahre Nena-Album können die Deutschen scheinbar überhaupt nicht genug kriegen. Platz 2. Nena selbst ist übrigens Riesenfan von Wir sind Helden. Die findet sie so cool, dass sie sogar deren T-Shirts trägt. Richtig so. Die Spannung war groß, die Spannung war fast unerträglich und jetzt ist sie da. Wir sind angekommen beim Platz 1, der Album Top 50 dieser Woche. Und das macht mich echt traurig. Als Musiker und Künstler kann ich nur sagen, ich empfinde es fast als den Untergang des Abendlandes. Als Moderator hingegen sage ich, die zweite Woche auf Platz 1, ab 8. Mai auf Tour, DSDS, We Have A Dream, euer Sieger, der Album Top 50. Nun denn, ich habe auch einen Traum. Ich habe den Traum, dass das alles irgendwann nicht mehr nötig sein wird. Aber jetzt kommen sie DSDS, We Have A Dream, das war es von meiner Stelle. Ich wünsche euch alles Gute, auf bald, tschüss.